So Stefan, wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich Stefan? Echt? Ja, und du? Nein. Geht's immer scheiße. Du musst einmal so einen richtig durchziehen, auf gar keinen Fall. Die Leute, die einen durchziehen, die haben einen durchgezogen und fühlen sich dann nicht so cool, man. Haltet man schneller? Oder bilde ich mir das ein? Es ist alles eine Einbildung, Stefan. Stefan, es gibt nur eine Sache, die real ist. Madrid. Komm her. Oh, das ist cool. Woher kommst du denn jetzt her? Das war ein scheiß Bot, Lukas. Ich wusste nicht, dass es ein Bot ist. Ich hab... Der hat Emotes gemacht. Ja, aber normalerweise kannst du auch mit Bots reden. Das waren auch. Aber ich könnte nicht mit dem reden. Ey, warte, 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 warte. Da ist ein Wasser was. Da ist eine Puppe. Puppe. MashaAllah, ich rette Puppe. Stefan, rette Puppe. MashaAllah, ich dachte, du rettest für mich Puppe. Ja, Autos können über Wasser laufen. 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 Fahren. Scheiße. Einfach nur wow Stefan. Ich wollte nicht so mal rum, dass du schnell wie diese Schanze fährst und dann so einen Jump machst. Ich wurde gerade gebetet, dass ich dachte, das wäre zwei große Kisten. Aber nein. You got gebetet. Warte, da wurde ich doch nicht gebetet. Das will ich haben. Drop some money. Drop it like it money, yo. Bei uns Gegner. Die fighten und springen und springen und fighten. Die clashen und fighten und fighten und clashen. Ich geh jetzt auf den. Wow. Du bist auf den, okay. Du bist tot. Der Moment ist weg, der ist weg, der kommt zu dir. Alter, was sind hier zwei Teams oder was? Ich wusste gar nicht, dass da einfach zwei oder drei Teams rumpimmeln. Ich hab kein Wort verstanden. Werden da welche fighten? Das sind ja immer mehr. Das sind ja immer mehr als zwei Personen. Ja, aber die haben dann aufgehört zu fighten. Oder eher mehr als eine Person. Egal, Stefan. Neuer Versuch. Wir sind einfach nur schlecht.